Wir sind Machzeit und das ist der Fahrzeugcheck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Großteil eigentlich alles Serie, Dunk ist eigentlich alles gemacht, bisschen was nachlackiert. Rölf war ein Spucknapplenkrad, ist drin, MFA war Serie, Getränkehalter von Lupo, Mutti-Funktions-Display, freilich. Warte, wir schalten mal ein. Aha, kann man also durchschalten, was zeigt denn der alles an? Da haben wir einmal Außentemperatur, die Uhrzeit nicht stimmt, Zeit nach Letzten anmachen, Durchschnittsgeschwindigkeit, Na ja schnellste, da sind wir nicht so. Verbrauch, da sind wir sportlich unterwegs, Öltemperatur. Und das ist die Außentemperatur. Also hochtechnisch jede Menge Gimmicks. Dann haben wir auch schöne Schalter. Rein mechanisch, da merkt man also auch richtig, der Schalter ist gedrückt. Da kriegt man Rückmeldung vom Fahrzeug. Jetzt haben wir raus, Becherhalter. Aha, vom Lupo. Kommt jetzt der rote Streifen und die Ausstattung, ist die original vom GD oder ist das jetzt GDI? Na, Ausstattung ist GD, die roten Streifen darf ich gar nicht verraten, das ist mein Geheimtipp. Fahrt beim LUIS vorbei, da gibt es das. Wie viele Kilometer haben wir drauf? 187.980. Und meinen ersten Schaltenroch haben wir dran. Vom ersten GDI. Ja, jeden Gold mitgewandert. Was ist da drin? Ein Aschenbecher. Der schaut mir aber gut unbenutzt aus. Ja, nicht Raucherfahrzeug, ganz wichtig. Ja, VW Soundsystem ist verbaut. Bis auf die Hochtöner. Schiebedach haben wir auch. Dach immer nicht zu arg begutachten. Staubig ist er. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war der 2er Golf von Michi. Schönes Auto, danke Michi fürs Vorführen. Immer wieder gern. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt abonnieren. Ansonsten wie immer. Nicht vergessen. Don't drink and drive. Und Ciao. Tschüss.